Da ist ne Nutte, die ist im Knast, 001. Neuer Charakter. Ich weiß gar nicht, ob das damals so wie ich das erste Mal gespielt hab. Ob diese Charakterbearbeitung da genauso war. Werde deine Eltern. Na, da darf ich jetzt meine Mutter... Alter, ich seh aus wie Eminem. Ja, ich seh auch aus wie Eminem. Alter, mach mal die Mutter, die Evelyn. Die schaut einfach aus wie die größte, die dümmste Nutte, die es auf dieser Welt gibt, ey. Alter, die älter, die... Alter, die Charlotte ist ja auch... Alter, was ist das? Guck mal, also Giselle ist ein Typ. Violet. Keine Ahnung, was mit ihrem Unterkiefer los ist, abartig. Da muss man sich... Mit Eminen sieht ziemlich abgenutzt aus. Aber... Alter, was sind... Alter! Was sind Violet, Alter? Alter, ich will keinen von denen zur Mutter, ey. Ohne Scheiße, das sind die Stimmen. Oder die Evelyn, hast du die mal gesehen? Die ist auch Quaker, eigentlich, ey. Ja, hab doch gerade gesagt. Ich glaub, ich nehm die Sophia. Die sieht normal aus. Die hat dich ins riesige Hupen. Das ist auch wichtig, wenn du ein Kerl bist. Ja, und, also... Keine Ahnung, muss ja auf seinen Eltern stolz sein. Er ist denn Nico, nicht der Typ aus dem Dreier oder dem Vierer? Hä? Kann man den auswählen, oder was? Nico, der... Dieser Russe. Ja, Tatsache, Alter, man kann Nico als Vater auswählen. Ist das aus dem Vierer, der Hauptcharakter? Ah, Vierer, ja, hab ich doch gewusst. Alter. Ich nehm den, der war lustig. Hab ich gemacht. Alter, der John, weißt du, wer der John ist? Der John ist der von Red Dead Redemption. Echt? Den nehm ich auch. Der ist jetzt mein Vater. Ich kann das nicht einschätzen. Dann wären jetzt nur so enorm hässliche Menschen einfach, ey. Ich kann sowas nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie Menschen aussehen. Ich krieg zumindest nie so normale Menschen hin. Ich könnte ja nicht beurteilen, ob so eine Nase von dem jetzt kurvig sein soll, oder... Standard... Oder gekrümmt. Sieht alles hässlich aus. Menschen sehen doch nicht so hässlich aus, oder? Der schaut echt scheiße aus, Alter. Ja, ne? Hoffentlich kann ich den auch irgendwie anders machen. Das ist schon super hässlich. Der sieht einfach aus wie 80. Kann ich mal den irgendwie mit eher so einem 20-Jährigen kriegen? Aber jetzt einshaft sieht deiner auch aus wie 80. Ja, meiner schaut uralt aus. Ich bin auch nicht so ein alten Sack. Aber er schaut doch nicht mehr so alt aus. Was hast du gemacht? Ich hab mal einen anderen Vater ausgewählt. Sieht, glaub ich, auch ein bisschen an dem... John Snow. Alter, warum sollte ich Hautunreinheiten einstellen? Das ist eklig, Mann. Masern, ja, das ist wichtig. Alter, hast du das gesehen? Wie viele Sachen... Ausschlag. Ja, Alter, du kannst doch 100.000 Sachen einstellen. Das ist ja abartig. Eiterpusteln. Das brauche ich. Ich brauche unbedingt Eiterpusteln, Mann. Da schön die Vorunkel im Gesicht hängen, Alter. Warum sollte man sich... Ja, ohne Scheiß. Bitte... Hau... 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 Diese Scheiße ins Gesicht klatschen. Depression. Uuuh, totale Kraterlandschaft. Uuuh. Herpes. Alter, man kann sich Herpes einstellen. Also ich finde, meiner hat schon sehr viel Swag. Das sieht immer noch aus wie ein Alkohol. Meiner schaut aus wie Wiz Khalifa. Ohne Scheiß. Stil. Lässig. Was? Straße. Rotzig. Party? The fuck? Alter, Alter. Mach dir bitte mal den Alex als Vater. Warte. Warte. Ich finde, ich wusste... Was ist mit dem so eine Frise? Äh, das ist doch ein völlig normaler Chinese, ey. Mein Typ schaut aus wie ein stinknormaler Chinese. Alter, weil das sieht einfach aus wie so... Wie so ein kleines Gesicht auf so einem großen Kopf. Das outfühlt sehr geil. Das nehme ich doch gleich mal. Alter, kann gleich nur so einen Swaggy Hut aufsetzen. Also eine Swag-Mütze drauf. Anblick geht auch gleich. Alter, mein Typ ist so der übertriebene Swagger. Der Wahnsinn. So, jetzt kann man noch seine Werte verteilen, oder was? So lasse ich das. Der sucht die. Er ist gekäuft, ey. Also ich war fertig. Warte mal, ey. Wie schnell bist du denn bitte, ey? Ja, mein Ultra-Swag-Dude ist schon fertig, Mann. Ach ja, was sollst du, ey. Ich glaube, ich lasse jetzt einfach so. Das sieht schon lustig aus. Charakternamen. Oh, fuck, Alter. Da kommt jetzt wieder das Schwierigste. Können ja auch so Standardnamen. Du nennst dich Josef. Das finde ich gut, weil ich schwarz bin. Dann nenne ich mich Gerhard oder so. Oh, ich nenn mich Paul. Echt? Oder Paul, Pim-Paul? Pi-Paul. Pi-Paul, Pi-Pi. Ne, ich nenn mich Paul. Musst jetzt auch noch so nennen. Oder Helmut. Helmut. Also ich nenn Helmut. Ja, Helmut ist schon auch so. Paul und Helmut. Das ist doch ne gute Kombo. Ja, alles klar. Helmut. Helmut schreibt man schon. H-E-L-M-U-T, oder? Nein, mit X und Y noch zwischendrin. Alles klar. Also. Enter. So, Paul. Du musst auch noch so ein Foto machen, ne? Paul 0001. Wer kann ich bei dem Foto noch irgendwas machen? Oder? Ne. Einfach annehmen, oder? Alter, ich will gar nicht sehen, wie du ausschaufst. Der ist 80 und glücklich aufgezogen. Okay, ich soll jetzt einfach mal annehmen. So. Ich kann nicht mehr. Helmut, du Ficker. Paul. Paul und Helmut. Jetzt kommt jetzt was für so ein schönes Video. Das kam damals auch. Ach, er wird mal, glaube ich, vom Flughafen abgeholt. Von irgendeinem Dude. Ich stehe in der Stadt und hab ne Waffe in der Hand. Hast du das Video weggedrückt? Ich hab gar nichts. Ich hab Einführungen überspringen gemacht. Ich hab Einführungen eigentlich auch überspringen gedrückt. Escape ist doch überspringen, nehm ich an, oder? Ja, da stand da ja oder nein. Dann hast du jetzt die Einführung gemacht. Ich kann das Video auch nicht wegdrücken. Alter, der Scheiß-Nomar holt mich grad vom Bahnhof ab, äh vom... Jetzt weißt du, das hast du schon mal geschrieben. Ja, ich weiß, aber ich kann's nicht wegdrücken, Mann. Ich hab doch Escape gedrückt. Äh... Alter, ich will nicht. Jetzt fährt er irgend so ein Typ vor. Stellt mir sein Auto vor. Geiles Auto, Mann. Ist das jetzt meins, oder was? Stupid Arschfossel. Satan 49410. Du fährst auch immer am Anfang in einfach ein Rennen gegen einen anderen Spieler. Muss ich? Kann ich's nicht auch einfach beenden? Oh, Mann, Alter. Ich will einfach nur jetzt zu dir, ey. Darf ich hier gegen diesen komischen Backhof fahren? Ich übe einfach mal das Auto fahren. Das ist auch eine Idee, oder? Ja. Ja, du gib mir mal dein Auto. Du musst üben. Du musst halt aufpassen. Wie gesagt, im Online-Modus fern die Polizei. Ich sieht, ne? Mit einem Auto, das nicht dir gehört, kriegst du halt Sterne. Was ist denn das jetzt? Sonst bin ich eigentlich ein ganz guter Fahrer. Du musst doch einfach nur fahren, um mit dem Fahren besser zu werden, oder? Ja. Oh, Mann, Alter. Ich hab keinen Bock mehr mit diesem Scheiß-Schwasti zu reden. Alter, der hat schon... Der eine Dude von denen hat schon locker zehn Kugeln gegessen. Das steht einfach immer noch. Muss wieder der unheimliche Headshot-Mörder sein. Unwesen treiben. Nicht mithalten. Alter, wie schnell ist denn bitte... Wie unnötig schnell ist denn dieser... Das ist die Scheiß-Einführungs-Quest. Ohne Mist, Mann. Und dieser Scheiß-Drogen-Kurier, der gar nicht mehr den Drogen abcheckt, ist so unfassbar schnell, dass ich einfach nicht hinterherkomme. Wie behindert ist dieser Kack eigentlich? Sounds fun to me. Ich will aber jetzt einfach irgendwas mit dir machen, ey. Ich hab keinen Scheiß, jetzt muss ich mir noch Klamotten kaufen. Ich will aber eigentlich gar nichts kaufen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Outfit. Ja, tschüss. Rennen. Alter, du Qualle, ey. Alter, das bist du? Alter, what the fuck? Was war das gerade für eine Schreierei? Alter, du bist ja mal der derbst, ugly Typ, ey. Ja, schau. Alter. Das schaut einfach aus wie so ein drogenabhängiger Raver, der nicht mehr auf sein Leben klarkommt. The fuck? Spielbeidreden deaktiviert, Spielanladung senden deaktiviert. Ich hab doch jetzt alles gemacht. Was willst du? Ah, Lamar ruft nochmal. Hey, hey, it's your boy LD. If you need to get some cheese real quick, fuck with me. We got licks all over town, just waiting. Und dein Telefon raus und wer jetzt jobless, dann nehmen wir mal. Ach. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich jetzt bei dir mal joinen kann. Ja, es ist immer noch deaktiviert. Ich hab eigentlich gedacht. Du bist ja schon Level 3 jetzt. Ich hab eigentlich gedacht, es ist vorbei nach dem ganzen Scheiß. Aber jetzt muss ich hier noch mit dem anscheinend noch einen Job machen. So, Lamar, du Mistgeburt. Wir saugen dir eine Hacker-Ausrüstung. Achso, ich muss jetzt diesen Laden hier überfallen. Okay. Alter, schrei über dein Headset, damit der Kassierer das Geld schneller füllt. Hey, du Spassi, mach mal schneller oder was? Kann doch mal einfach flaschen. Das war vielleicht nicht so clever, das Auto zu nehmen. Oh, oh. So, jetzt müssen wir nur noch abchecken. Gleich mal so einen Laden überfallen, ey. Wie man es als echter Whisker-Lieber halt macht, ne? Achso, jetzt muss ich mein eigenes Auto abchecken. Dann nehme ich doch gleich das hier einfach. Kann man noch irgendwas einbauen? Unnötige Hupen? Ne, klar nicht. Lass dein Fahrzeug umlackieren. Umlackieren muss ich es auch noch. So, jetzt habe ich meine eigene Karosserie. Ja, schön. Nicht nett. Okay, jetzt müsste ich hoffentlich durch sein. Alter, jetzt muss ich noch an den Schießstand. Herrgott, im Himmel, ey. Ähm, ich würde mich gerne geben. Ich würde gerne ein Tattoo machen lassen. Aber schießt mich nicht. Au! Ich habe gesagt, nicht schießen. Ach, die Deppen, ey. Warum fangen wir jetzt ab, ne? Alle, wir sind echt ein Team. Ja, boah. Schöne Aktion. Äh, was ist denn Rock? Ja, was auch immer, ne? Oder wie du es weißt. Ah, kein Thema, ich bin der Beste. Und wir haben nur so Pistols. Wahrscheinlich kommen die gleich mit so MGs angerannt. Dann da nur Pistole. Okay, okay. Das ist einfach gleich mal. Wir sind ja auf der Karte, wo sie sind, oder? Sind es nicht die Rundenpunkte? Irgendwo da links, ja. Jetzt wird es ernst, man. Jetzt wird es ernst. Jetzt können wir uns noch unter Beweis stellen, dass wir die beste Gangster-Squad sind, Alter. Alter, ich muss erst mal diese Treppen hochjoggen, hier. Wir sind da vorne in der Gasse. Oder nicht? Ich bin direkt über die, aber die kommen halt auch nicht, ne? Kommen nicht, ne? Können wir versuchen, aufs andere Dach rüber zu hüpfen. Aber das ist irgendwie zu gefährlich. Komme ich hier irgendwo runter? Da sterben wir bestimmt. Toll, die einzige Leiter ist da hinten, oder was? Kommen bestimmt jetzt. Die sind unter... Da vorne, komm, die kommen hier auf die Straße. Ich seh dir nicht. Das sind die Bäume, ja, fucked. Die sind... Die sind... Jetzt kommt, die schießen schon. Die schießen auf das Auto. Joggen in dem Auto, Mann. Ich hab einen. Und den anderen. Jawohl. Nice. Alter, lol. Was war das denn für Lappen? Alter, die haben... Die haben sich ein Auto geholt und sind hier einfach auf die Kreuzung gefahren und wurden uns gerade mitgefragt, Alter. Gefigured, Alter. Ja, ist gezeigt. Wohlensöhner. Ja. Gleich mal gezeigt, dass wir da erstmal den Wichser ins Gesicht, ey. Voll, meiner macht ja gar nichts. Der steht nur rum. Ich hab die Frags angefahren. Hä, was? Nein, ich hab einen gemacht. Der andere ist doch zurückgefahren und dann gegen das Ding geklappt. Ja, das war mein Frag. Enthalten? Gefällt mir. Er gefällt gut. Sehr gut war das. Ja. Kann man schon mal machen. Ja. Enthalten. Ja. Holbein. Bill.